Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zu diesem Video und ja heute mit einem neuen Spielmodus auf den Server von einem Freund ja sag mal hallo du brauchst mich nicht ganz schlagen und der heißt wo war das noch mal da war links hier hier war das nicht ne ne kommst du nicht genau so hei- nee nee du nicht so hier also kommt auch noch in der Dings ne deinen Namen und so den PSN also wenn ihr denn hier auch mal drauf spielen wollt könnt ihr ruhig auch mal machen müsst ihr nur ihnen mal den da mal ne Freundschaftsanfrage schicken und dann könnt ihr ja dann geht's los jo ich fall einfach mal runter hat niemand gesehen von deinen Zuschauern ich bin nicht runtergefangen zurück und back was wird auf meinem Server auch noch kommt m open kann man zu mir jetzt sieht man schon eine Insel halt viel spaß mit diesem video ich hab dich sogar noch getroffen und erzähl mal was du heute geworden bist ich bin gerade wie heißt das noch mal admin supporter was auch immer heißt und ja es können sich noch drei leute bewerben ihr könnt ja mal in die kommentare schreiben und ich teile dir halt ihn mit oder naja er guckt ja auch du kannst ja auch ein kommentar schreiben dann könnt ihr auch ihn abonnieren ja ich bin auch runter gefallen jetzt kommt der zweite admin vielleicht aufs server das kommt auf jeden fall heute noch hoch das video ich bin aber weit geflogen ja geflogen ja wieder fliegt noch auf jeden fall der macht richtig viel spaß der modus ja da macht viel spaß der hallo ach so da ist keiner beigetreten oder vielleicht kommt noch der zweite admin drauf ja das hat mir auch richtig viel geholfen und dann könnt ihr auch mal like da lassen wenn ihr halt das gut findet ob ihr denn noch mehr ja du hast mir einfach mal gehauen und ich bin nicht runtergefallen aber jetzt wirst du runterfahren genau ja ich kann es halt nicht ja das ist auch schwer alter hast du mir eine respektschelle gegeben ja die 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 hast du für dich und und wie findest du die map also ich finde die map richtig cool und ja könnt ihr auch mal Kommentare schreiben wie ihr und so wie ich schon mitgekriegt hab leider gibt sie nicht zum download ja auf meinem kanal gibt es auch noch mal weil ich denn minecraft auf dem pc habe gibt es auch noch mal ein paar maps zum downloaden jo ja ich habe ich schon kann bald auch von spiel in fünf monaten m und ja da bist du Prozent wo hast du hast das und wird auch Bild wo hat sie auf den Server ja okay das ist so gut da kann ich dir auch noch bei Hälften wenn du willst das wird etwas drauf gemacht ganz geil was in der Welt meine abonnenten die allen pc haben er ein mit 4 Wochen die Hälfte über die Hälfte und auch mit 3 die alle die PS3 Freundinnen wenn ihr das Video sieht schöne Grüße von mir Artikel Sprung kann man zu mir nicht töten den Sprung kann man leider nicht schaffen da muss vielleicht noch da muss noch eine Mini-Plattform hinmachen zeig mal wo nicht lang nicht lang das klingelt den Sprung schafft man nicht da muss noch eine kleine Platte hin ja den schafft man nicht na jedenfalls ich weiß gar nicht wie 4 Minuten ich von aufgenommen habe ihr seht ja das ja ne nein nein wir haben extra einen Quarz-Block gemacht weil das Wasserpreis Quarz und nach den Abos besser werden meine Videos richtig hart geschnitten nochmal zur Info nochmal zur Info und sorry dass jetzt nicht so bis jetzt ähm so gut geschnitten wurde aber ich mach das über meine PS4 und ja darf ich noch nicht sagen sorry ne dafür schäme ich mich ja auch Mann ich schaff das nicht mehr ja aber Hauptsache macht äh YouTube macht Spaß mhm und ihr feiert hoffentlich auch meine Videos hoffentlich ich hätte nicht springen sollen doch ja wir haben mann ach so aber du schlägst mich ja da machen wir noch mal paar runden und dann war es auch wieder mit diesem video oder da gibt es keine runden, das geht unendlich wie lang geht es schon? weiß ich nicht oh, da muss ich noch auf ihr könnt ja auch in den Kommentaren abstimmen ja, besser als ich also Jundal oder Alaska man, ich hab' nicht spiel' nicht mehr spiel' nicht mehr spiel' nicht ich bekomme die Zeit voll wenig Knopper, also das ist voll creepy na gut, das ist so was ist denn das? mhm wow, du bist voll über den Boden geschlittert mhm 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 ich hab' wo der sich jetzt zu tun mhm 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 b mhm hör dir, hör dir mhm 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 sag ich schau abonnieren gleich da lassen wenn ihr das video gefallen habt und wenn ihr neu seid denn ein abo da lassen und dann tag ich schau bis zum nächsten mal sie ist nicht gut